Das sind Julia, Lukas, Anna und Max. Sie wollen sanieren. Das Land hilft mit der Wohnbauförderung für die Sanierung von Wohnungen und Wohnhäusern. Gefördert werden unter anderem verbesserter Wärmeschutz, Biomasse-Fernwärme-Wärmepumpe, Solaranlagen, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, die Dachsanierung, Alten- und behindertengerechte Ausstattung, die Badsanierung, Elektroinstallationen und Feuchtigkeitsschutz. Vom Land gibt es bis zu einem Fünftel für jede Sanierungsmaßnahme. Mehr gibt es für verbesserte Energieeffizienz und ökologische Baustoffe. Genaues wissen die Profis von der Wohnberatung ganz zentral beim Salzburger Hauptbahnhof. Termine gibt es Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr und freitags bis 15 Uhr. Alle Infos gibt es auch im Internet.